Erster Advent Maria trifft Elisabeth Hier hat Maria ihr Baby im Bauch. Sie trifft sich mit Elisabeth, die auch ein Baby erwartet. Das Kind von Elisabeth wird Johannes, der Täufer, weil er viele Taufen gemacht hat. Mit der Taufe wird ein Mensch in die Gemeinschaft von Gott aufgenommen. Die beiden Frauen begrüßen sich. Als Maria zu Elisabeth kommt, hüpft das Baby bei Elisabeth im Bauch. Da weiß Elisabeth, Maria bekommt ein ganz besonderes Kind.